wenn es kann man darüber nachdenken dass die erde eine millionen mal die sonne passt ich finde schon krass überlegen wie lange die erde einfach existiert die gar mehrere milliarden jahre gemacht weniger sind und universe und genau wir genau wir dicker existieren in dem zeitpunkt wo es pornos von furries gibt womit haben wir das verdient bro es macht überhaupt keinen sinn es ist einfach nur dumm an dem punkt wo macht das sehen ich verstehe es nicht wirklich es bloß mein alter